Hallo meine verehrten Zuhörer und Zuschauer, mit euch ist Vagislav Katlerov in Eidracht, ab mir 3 Uhr 23 Minuten am 19.04.2017. Das folgende Video wird erscheinen als ein Fazit einer groß angelegten Arbeit. Diese Information wird selbst die erschüttern, die schon längst unsere Weltanschauung in Form einer Zelle oder Bienenwabe wahrnehmen. Ihr fragt euch, warum ich nicht schon vor einem Jahr darüber berichtet habe? Nun, ich vermute, wenn ich mit diesem Thema den medialen Einstieg gewagt hätte, dann wäre diese Information unbekannt gefliegt. All jenes wurde gemacht, damit sich gleich tausend Menschen die erste Erscheinung des Videos ansehen. Praktisch vor einem Jahr habe ich mein erstes Video ins Netz gestellt unter den Namen, wie sieht die Erde realistisch aus. In diesem Video habe ich auch mitgeteilt, wie unser wahres Weltbild ausschaut. Jetzt haben wir etwa 8 Uhr morgens in Kharkov den 25.04.2016. Aber nun atmen wir tief ein. Unser Planet ist 100.000 mal größer als wir es uns vorstellen können. Ja, unser Planet ist kugelförmig, aber das Territorium ist einfach unglaublich. Auf diesem Territorium befinden sich hunderttausende anderer Erden, die in der Regel von einem Eisgürtel umrandet sind. Wenn man den Planeten aus dem All betrachtet, dann wird es wie Bienenwaben aussehen. Das heißt, in jeder dieser Wabe befindet sich eine Erde, ähnlich unserer. Es ist ein Jahr vorbei und das Interesse zu meinem Wissen, eher richtig gesagt zu unserem Wissen ist nicht weniger geworden. Ja, im Gegenteil. Es ist um das Hundertfache, vielleicht sogar um das Tausendfache gewachsen. In diesem Video zeige ich euch die wahre Karte unserer Welt. Also fokussiert euch maximal darauf ein, denn folgende Information erschüttert selbst die begabtesten Köpfe unserer Wabe. Nun fangen wir an. Als erstes möchte ich euch an die faschistische Expedition der 1940er Jahre erinnern. Wir haben oft über diese Legende gehört, wie die Vertreter des faschistischen Deutschlands mit den U-Booten zu neuen unbekannten Ländereien aufgebrochen sind. Und diesen Karten nachzuurteilen, haben sie ihr Ziel erreicht. Jeder Kleinspezialist, Kartograf, Ingenieur, Mechaniker wird ohne einen großen Aufwand feststellen, dass dieses eine echte Dokumentation ist. Die Karten sind datiert auf das Jahr 1943. Zu diesen Karten kommen wir später zurück. Und so lange legen wir diese beiseite und achten auf folgende Karte, die allerdings nicht als die Karte der flachen Erde gilt. Dies ist eine asimutale Projekte. Hier kommen wir zu einem sehr wichtigen Moment. Amerika, Süd- und Nordamerika als die sogenannten Kontinente existieren nicht. Sie wurden uns einfach auf die Karte gemalt. Wofür? Dann man den leeren Raum füllt und trügerische und erfundene Wissenschaft ins Leben ruft, um uns einige Momente zu erklären. Man erfand riesige Wassermäe. Allerdings sind diese Räume mit viel mehr Festland befüllt, als es uns bekannt ist. Und nun, sehr verehrte Zuhörer und Zuschauer, lasst uns gemeinsam auf diese Karte schauen. Ja, ja, genau so sieht unsere Wabe aus. Der Platz, an dem wir leben. Und die, die meine Video studiert haben, werden vermutlich sagen, halt. Früher wurde doch gesagt, die Blindereien befinden sich in den benachbarten Waben. Doch wenn wir meine frühere Arbeiten studieren, erfahren wir maximal, dass ich nur die Kontinente der benachbarten Waben markiert habe. Doch immer dabei betont habe, dass sie sich in der Nähe Befinde befinden. Es war einfach notwendig abzuwarten, damit die Information dieses Videos so vielen Menschen wie möglich bekannt wird. Und ja, die Blindereien existieren. Und die kann man auf der physischen Ebene erreichen. Genauso wie wir die nahen Inseln erreichen. Titanic ist nie gesunken. Es erreichte erfolgreich die benachbarten Ländereien. Und alle Reisenden blieben am Leben. Bermuda-Dreieck. 50% der abgestürzten Flugzeuge und gesunkener Schiffe haben die benachbarten Ländereien erreicht. Olaf Jansen. Der Fischer und sein Sohn aus dem Buch Smoky Guard von Willis George Emerson haben genau diese Ländereien gesehen. Legendärer Held aus dem Werk Sanikov haben auch diese Ländereien gesehen und erreicht. An den Ufern dieser Länder haben Nazis innerhalb einiger Jahre und in Ruhe ihre Kolonien gegründet. Admiral Richard E. Byrd hatte mit seiner Staffel ein Fiasko an diesen Ufern. In der Wirklichkeit gibt es bedeutend mehr Beweise für die Existenz dieser Ländereien. Jeder, der ein vernünftiges Fahrzeug hat, kann ohne viel Mühe diese Kontinente erreichen. Man kann über Wasser, über Luft, aber auch über einen Umweg. Da ja unsere erfundenen Kontinente Australien und Afrika mit dem antarktischen Gürtel verbunden sind. An die, die mit dieser Information nicht so vertraut sind. Antarktis besteht nicht aus Eis, sondern aus Sandstein. Man kann alles auf dem antarktischen Gürtel erreichen, diese bei jenen Ländereien und das auf der physischen Ebene. Und nun kommen wir zu einer der bedeutendsten Entdeckung der Menschheit der letzten 200 Jahre. Über Borea existiert. Über Borea war niemals weg. Nicht zu bewältigen ist den Besatzern die Zerstörung unserer heiligen Wabe. Im Zentrum befindet sich immer noch der Berg Meru, immer noch Ekdrasil oder als Baum Jambudvipa in Weden bezeichnet. Dorthin liegen jährlich die Vögel, um zu nisten. Zu diesem magischen Ort, zu dem lebendigen Ort, zu dem Heilungsort. Für den einfachen Menschen ist dort ein Durchgang. Tatsächlich kann es näher zum Zentrum ziemlich frostig werden. Nun ja, zum Ende kommend, meine verehrten Zuhörer und Zuschauer, wissen wir nun, warum das Nordlicht nur am Nordpol existiert. Warum viele Neuzeitentdecker vergeblich versuchen, unser Weltbild zu verstehen. Wir verstehen aber nicht, weil die nicht wissen, oder besser gesagt nicht wussten, wie unser Planet wirklich aussieht. Nun lasst mich von euch beabschieden. Die Fortsetzung, Ergänzung und Erklärung wird in den nächsten Videos erscheinen. Mit euch ist immer noch Vyacheslav Vatlarov. Vielen Dank für das Zuhören, Zuschauen, alles Gute, auf Wiedersehen und vielen Dank für Ihr Verständnis. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Vielen Dank.